Sie ist verliebt in ihre kleine Familie. Loredana Wollny, 19, wurde durch die Reality-Show Die Wollnys bekannt, die ihre Großfamilie seit mehreren Jahren im Alltag begleitet. Obwohl sie das jüngste Kind und somit das Nesthäckchen der Familie ist, ist die 19-Jährige bereits verlobt und bekam im Dezember 2022 ihr erstes Kind. Im Netz gibt die Blondine Einblicke in ihr privates Leben. Jetzt teilte Loredana süße Familienschnappschüsse und rührende Zeilen. Liebe ist nur ein Wort, bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt, schrieb der Reality-Star unter ihrem aktuellen Instagram-Beitrag. Das erste Bild ist ein eng umschlungenes Spiegel-Selfie mit ihrem verlobten Servet. Auf dem zweiten Bild sieht man ihr kleines Baby mit einer süßen Mütze auf dem Kopf. Ihre Fans sind begeistert von den Pics. Ihr seht toll aus! Ein anderer Follower kommentierte, so eine süße Familie. Erst im März machte Servet das Familienglück komplett und hielt um die Hand seiner Loredana an. Ganz romantisch am Strand und mit Rosenblättern verlobten sich die beiden Eltern. Im Netz teilte Loredana Bilder des besonderen Tages und schrieb, wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Erst im März machte Servet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020